Wir haben die phänomenale Situation, ein vollelektrifiziertes Fahrzeug vorstellen zu dürfen, nämlich der neue E3008. Der neue Peugeot ist mega futuristisch geworden. Wir sind sehr stolz, dass wir das Fahrzeug heute hier präsentieren können. Er ist innovativ, hat eine eigene Linie und passt in die heutige Zeit. Die Leute sind in großer Zahl hier aufgekreuzt. Wir haben uns sehr gefreut darüber. Wir hätten tatsächlich nicht mit so viel Publikum gerechnet am heutigen Abend und wir sind sehr, sehr dankbar dafür und hoffen, dass es unseren Gästen natürlich auch gefallen hat.